Ja, bei mir zu Gast jetzt René Christian, grüße dich. Grüß dich. So, wir haben dich gerade auf der Bühne gesehen. Wow, wirklich klasse. Okay, Bühne ist etwas übertrieben, sagen wir einfach mal auf der Tanzfläche. Wow, warst du die Einzige, die mitgesungen hat? Nein, war schon klasse, hat mir Spaß gemacht. Nein, ich war nicht die Einzige, es gab auch noch andere. Das ist schön. Eigene Songs, erzähl mir was. Ja, also wir machen halt Musik, die eben so ein bisschen eigenständig ist, mit eigenen Texten. Wir covern nicht, obwohl ich gerne cover, ist überhaupt gar kein Thema, aber wir sagen mal ganz einfach, wir wollen eigenständig sein und eigene Texte musikalisch erarbeiten und das tun wir und ich glaube, ist ganz schön geworden. Also das, was gerade rüberkam, war wirklich prima. Ich habe gerade gehört, dein großes Vorbild, Peter Maffay? Ja, großes Vorbild, hat aber nichts unbedingt mit seiner Singerei zu tun, sondern einfach Menschlichkeit. Er ist in all den Jahren trotz des Erfolges immer noch Mensch geblieben und da habe ich ehrlich, Chapeau ziehe ich da, größten Respekt und das ist vorbildlich, dass Menschen trotz Erfolg noch ganz normal bleiben können und nie vergessen haben, wo sie herkommen. Absolut richtig, sehen wir genauso und vor allem, er tut ja auch viel für Kinder und so weiter. Haben wir von dir demnächst auch ein Musical zu erwarten, so Tabaluga mäßig? Nein, um Gottes Willen, nein, 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 da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bleib dem Schlager treu, ich bleib guten deutschen Texten treu und wenn die Menschen meine Texte gerne hören und sich da wiederfinden, dann freue ich mich um so mehr. Also das, was ich gerade am Publikum gesehen habe, finden Menschen sich da ganz schnell wieder. Dann freue ich mich, dann werden wir ja gucken, dann müssen die auch mein Album kaufen. Werden wir unten einblenden, ab wann dein neues Album? Mitte, Ende September ist es da, Titel sind alle fertig eingesungen, sind gemastert, das Booklet ist in Auftrag gegeben und alles erfahrt ihr über diesen Kanal auf www.renne-christian.de oder einfach bei Facebook René Christian eingeben oder meine App runterladen unter Google oder iTunes, dann seid ihr immer versorgt und wisst ganz genau, wann es kommt. Genauso werden wir das machen, ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und wir sehen uns. Vielen lieben Dank, ihr beiden.